Jetzt geht's wieder los! Der Schleswig-Holstein-Top-Model-Contest geht in die nächste Runde. Fantastisches Erlebnis. Man wechselt sich hinaus bei dieser Aufgabe. Es war eine wahnsinns Erfahrung. Das war einfach einmalig. Sie sind über 45 und stehen mitten im Leben. Sie sind modebegeistert und suchen eine spannende Herausforderung? Dann ist der Laufsteg genau das Richtige für Sie. Das erste Mal auf dem Laufsteg zu sein, es ist toll. Einfach nur toll. Adrenalin pur. Es ist einfach nur fantastisch. Ein anderes Wort gibt's da gar nicht für. Also das war ein wahnsinns Moment, muss ich wirklich sagen. Und ich hab das Gefühl, ich bin im letzten Jahr ein bisschen präsenter geworden. Neugieriger auf neue Impulse in meinem Leben. Machen Sie eine unvergessliche Erfahrung. Werden Sie für ein Jahr Schleswig-Holstein-Top-Model. Bewerben Sie sich jetzt. Trauen Sie sich, es lohnt sich. Trauen Sie sich. Trauen Sie sich. Vielen Dank.